Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und andere Konflikte überschatten das Weihnachtsfest auch im Vatikan. Vor tausenden Gläubigen spendete Papst Franziskus auf dem Balkon des Petersdoms den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Die Welt forderte der Pontifex in seiner Weihnachtsbotschaft auf, sich stärker für den Frieden einzusetzen. Möge der Herr den Verstand derjenigen erleuchten, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesen sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen. Leider ziehen es die Menschen vor, auf andere Gründe zu hören, die von der Logik der Welt diktiert werden. Unsere Zeit erlebt auch in anderen Regionen, auf anderen Schauplätzen dieses Dritten Weltkrieges eine schwere Hungersnot des Friedens. Papst Franziskus erinnerte vor allem an das Leid der Kinder, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Syrien, Libyen, dem Libanon, Jemen, der Sahelzone, Iran und Myanmar. Untertitelung des ZDF, 2020